Der schöne Sommertag von Leo Putz von 1925, Lott 239. Da kann ich hier beginnen bei 60.000 Euro bereits, 60.000. Die sind geboten, vielen Dank, bei 60.000 Euro. Jemand mehr als die 60.000 und 65.000 und 70.000 sind hier geboten. 70.000. Niemand mehr als die 70.000. 75.000. 80.000. 85.000. 90.000. 95.000. 100.000. 110.000. 130.000. 140.000. 150.000. 150.000. Niemand mehr als 150.000 Euro zum zweiten. Und letzte Möglichkeit zum dritten. Untertitelung des ZDF.